Hier finden Sie Tischkultur aus einer Hand mit unangeschränkt persönlicher Beratung. Gabriele Wies spannt den Bogen von Tradition bis Moderne, von Glas zu Porzellan bis hin zu hochwertigen Accessoires. Marken wie Villaroy & Boch, Kutschenreuter, Alfie treffen auf innovative Produkte unter anderem von Kala, Blomus und Hougry. Gerne können Sie einen individuellen Beratungstermin außerhalb der Öffnungszeiten vereinbaren.